Die Opfer stehen im Zusammenhang mit dem Maya-Kalender, in dem das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012 vorhergesagt wird. Das glaubt ihr nicht. Ich hatte gehofft, wir hatten mehr Zeit. Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden. Es beginnt. Die Wahl des Russen davon, die Bibel, das ist das Ende der Welt, meine Freunde. Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden. Was glaubt ihr nicht? 9. 2. Die 11, die 14, die 14, die 35, Ende 14! Und dann ist es recht! Ja, das was ich davon! Die Bibel! Das ist das Ende der Welt, meine Freunde! Bis zum nächsten Mal.